Willkommen zu einem neuen Part von Rosalabit in Trouble. Ja, ähm, ah, ja, es funktioniert. Gut, damit muss ich mich jetzt erst wieder auseinandersetzen. Ja gut, sehr viel Knopf kann ich ja nicht drücken. Auf dem ganzen Controller. Also sehr viele Möglichkeiten hab ich ja nicht. So, und da ich mich ja nicht hetzen muss und der Zeit hab, werde ich diese auch nutzen und mich gründlichst umschauen. Ich habe heute Zwecksbild, weil dieses 480p ist schon echt grausam gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ich habe heute tatsächlich, ähm, solltet ihr das Ganze in 1440p, anschauen können. 1440p. Uah, oh Gott. Scheiß Eagle. Oh Gott. Was ist denn mit denen passiert? Uah. Uiuiui, die haben gesoffen. Ja, manchmal glaube ich ernsthaft, hier läuft irgendwas nicht ganz normal. Uiuiui. Also, ähm, ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist. Das muss ich selber erst rausfinden, raus ausprobieren. Es tut mir leid, dass sie so schlecht ist in den ersten zwei Parts. Ich mein, ich sehe es ja hier auch innerhalbwegs akzeptabler Qualität. Ich weiß nicht, warum ich es nicht in dieser Qualität aufnehmen kann. Aber dank OBS, dass OBS so unglaublich, äh, genau ist und auch alles nur so aufnimmt, wie es auch eigentlich ist. Uiui. Habt doch 100% was übersehen. Mh, 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 mh. So, sitzt sie doch da. Okay. Äh, zack. Oh Gott. Die Raben. Ich habe Angst. Also, ich habe jetzt, wie schon gesagt, ein bisschen rumprobiert. Ich hoffe, die Qualität ist... Uiuiui. Ah, zack ich doch. Qualität ist annehmbar. Runder da. Runder da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, gut. Es ist nun mal ein altes Spiel, das nun mal eine in schlechter Qualität läuft. Also, in einer sehr geringen Auflösung und gestreckt auch eigentlich läuft. Wow. Er zerfetzt. Wollen sie schon Sprünge haben, ne? Also. Ey. Also, das habe ich dir nicht erlaubt. Mit Steinen um dich zu werfen. Das Gute ist, bei einem Game Over müssen wir nur das Level neu machen. Ja, jetzt muss ich halt aufpassen, ne? Also, jetzt wird es schon richtig grausam, ne? Also, jetzt sind sie schon richtig... Also, jetzt haben sie es, ne? Oh, ich wollte wissen, ob da ein Geschenk... Also, ein Geschenk. Oh Gott. Ich bin immer noch bei... Brossal, ich bin in trouble, mein Po. Nein, ob da ein... Zack, was auch immer drin ist. Oh, ein... Ja, ein Salatkopf. Was zum Geier, den habe ich nicht gesehen. Ich bin gleich tot. Naja, gut. Wir wissen schon mal, ähm... Ich werde... Diesmal ein Level in einem Part schaffen. Naja, gut. Naja, ich sehe. Schauen wir mal. Wah. Ehrlich gesagt, gefällt mir das jetzt nicht so genau. Wah. Das war jetzt irgendwie... Buggy. So elegant, wie ihr euch da bewegt. Wah. Der nützt mir jetzt nichts mehr. Ah, ja, ja. Irgendwie finde ich... Zu wenig Salatkopf. Ach, ich habe schon vier. Oder hinten ist einer. Zwei. Das Level kann nicht mehr ewig gehen. Sagt er. Nein, ernsthaft. Also, ich muss jetzt aufpassen, was ich mache, ne? Danger. Ah. Was möchten mit mir? Wie fliegst denn du, mein Räbchen? Ja. So was richtig. So haben wir es geschafft. So, mal kurz drehen, um sicherzugehen, dass nichts verpasst ist. Äh, nee. Wah. Rückwärts sollte ich vielleicht lassen, zu springen. Jetzt sind wir tot. Äh, gut. Dann nochmal von neu. Aber wir wissen jetzt, wo das Schmarrn ist. Ach, da waren zwei. Ah, ja, gut. Ja, man kommt dann schon wieder rein. Bloß jetzt muss ich da teilweise Geschenke... Äh, äh, Geschenke. Gemüse einsammeln, das ich bereits eingesammelt habe. Oh, nö. Das ist das Problem. Aber wenigstens schon mal gut, dass man nicht Game Over geht. Also, wenn man Game Over geht, dass man im Prinzip... ...das Level, in dem man sich befindet, einfach nur von vorne spielen muss. Mehr nicht. Ehrlich gesagt begrüße ich das. Ah, ja, ja, ja. Ist das gefährlich. Wah. Okay. Früher war das immer so, wenn ich, ähm, da bin ich ja immer nur mit Maus unterwegs gewesen. Ah, jetzt habe ich ein wenig einen Durchblick. Wah. Wah. Wenn ich mit Maus unterwegs gewesen bin, ähm, das war immer so. Immer, wenn ich irgendwo ein Abgrund war und ich... Oh, Alter, ist knapp. Und immer im Prinzip vorsichtig laufen musste, also im Prinzip hätte zurückgehen sollen, ähm, bin ich zurückgegangen, indem ich einfach... Naja, mich gedreht habe. Ja. Also, nicht wie hier, sondern schnell gedreht im Flug, was ich hier mit dem Controller nicht kann. Das konnte ich damals mit der Maus, weil da hatte ich noch eine Maus mit einer richtigen Kugel drin. Wäh. Wäh. Eine Maus mit einer richtigen Kugel drin und nicht so eine heutige Maus. Mit dem, mit einer, mit einem Sensor, naja, Sensor hatten die damals auch, ne, mit einem, mit Licht. Eine Licht-Maus. Wah. Hilfe. Das da unten rechts, da gucke ich jetzt nicht mehr runter, das habe ich jetzt nicht sehen wollen, wenn da was war. So. Ui. Folgen wir dir mal. Wah. Wah. Ja. Und dieses Bild, ähm, nebenbei, ich fange immer an, Sachen zu sagen und beende sie nicht. Ist jetzt eben eigentlich gestreckt, also, das heißt, diese 800 mal 600 habe ich jetzt eigentlich gezerrt auf. Aufs Volle. Wah. Hilfst du mich veräpfeln, du bist Viech. Da rollt er sich nicht, ne? Ja, jetzt bin ich mittlerweile recht. Also, nicht mehr so vorsichtig. Oh, genau. Jetzt, jetzt werden wir, jetzt werden wir. Wah. Jetzt werden wir schon richtig. Wah. Naja, Geschenke habe ich. Und war der erste Tod hier drin. Wobei, ich will es nicht beschreien, da kommen mehr. Wahrscheinlich. Oh, ne. Oh, Gott. Wah. Nicht euer Ernst. Wah. Wah. Das ist aber noch ein verfickter Ernst. Wah. Ich hasse diese Karotten, ne? Wah. Habe ich nicht gesagt, das Level ist gleich zu Ende. Ich wünschte es mir, das war Wunschdecken. Aber so übel ist das Wunschdecken. Haben wir da Kackhüken wieder? Nein, aber da. Wah. Wah. Ich hasse das. Wah. Wah. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Ja. Wah. 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 Also jetzt hing ich fest. Das war jetzt echt unfair, weil ich hing eigentlich nur fest. Oh, dö. Ich hing fest. Das ist eh nicht fair. Weg da. Ja, da. Das ist das Problem, wenn ich jetzt mit Controller spiele und tatsächlich nicht so schnell mich drehen kann. Der Nachteil ist so früher. Wenn ich festhänge, habe ich keine Ahnung, wie ich mich befreien soll. Ich hasse diese Karotten, vor allem die eine so übelst beschissene Hitbox. Oh. 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 schon wieder ich glaube nicht du willst du mich verarschen oh gott auch also als so weit so tolerant eine karotte nicht eingesammelt ich brauche nicht sterbe um sie einzusammeln weil kriegen durch dafür eh nur ein leben ok wo muss ich ihn dann hin weil dann auf wobei ich könnte rein theoretisch also früher wäre ich so skillig gewesen und hätte jetzt mir besorgt war war nein ok wisst ihr was da bin ich jetzt so wagen ist so so mutig und probiere das jetzt noch einmal funktioniert ist gut war dann halt nicht dann lassen wir es gehen kommen gehen wir weiter weil diese kreier die habe ich jetzt keine lust drauf wobei ich könnte es noch mal probieren und ich glaube auch dass sie geschaffen wird ok ich schaffe es nicht also schon fiese stelle wenigstens habe ich jetzt alle geschenke nutzen tut es mir null geschenke alle karotten und zwar noch die letzte karotte also hätte ich es wirklich geschafft und wäre von der anderen seite aber gesprungen nicht von der wo ich jetzt runter gesprungen bin jetzt ist die frage wo könnte noch eine ein salatköpfchen sein wird da wo du rum eier schnitt danger inwieweit wenn der jetzt danger ist was ich nicht ah da habe ich mein letzte salatköpfchen ich glaube auch ein normaler da komme ich mich klar also meine ich es ist mit controller echt doof ich brauche so eine uralt maus ja gut das ist etwas wie knackt gut acht minuten nö leute ich bin echt mit mir am h dann mache ich ein paar oder mache ich zwei bats aber ich glaube ich werde beenden ich glaube ich werde beenden ähnlich wie in don big und country turns ich beende nun wünsche ja wir sehen uns hoffentlich im nächsten level wieder sollte so ein bisschen was kürzeres gewesen ich hatte nämlich im letzten part echt übertrieben ja bis zum nächsten mal